hallo du oder hohe freunde ich bin heute der kanal begegnet manuel heute mache ich jetzt ein thema möhren aufsehen jetzt einfach ja schon lange februar und jetzt schwiebel habe ich schon aufgesät jetzt möhren aufsehen da kann man februar aufsehen und juni ja hier muss noch ein pflanzschnur gerät gespannt sein zwar gerade ich habe hier schon hier zwiebeln gepflanzt gehabt ich weiß mir jetzt was so eine sorte kann ich schlecht sagen aber ich pflanze jetzt Möhrchen aus weil ich esse gerne mehr zum Beispiel Suppe zu machen oder zum Beispiel ja so ein bisschen gerade machen ich schock mich das gerade ok jetzt einmal ein Strich machen und zwar finde ich viel besser hier an genauer oder einfach eigentlich mein Gemüsesolte kann jetzt schon aufsehen ja perfekt gerade aber keiner ist das in Himmel gefallen nochmal einfach mal ich auch Jetzt noch die Tüte aufmachen. Wie mir das gut sieht, kann ich euch zeigen, fahre so aus. Und, ich weiß nicht, wie kommt jetzt die Kamera? Wo lege ich? Ich hab den zu überlegen, ich mach einfach. Ich weiß nicht, wie kommt jetzt die Kamera? Immer so ein Stück, ich hab jetzt keine Hand frei. Nicht schon perfekt gemacht so jetzt, aber bitte so verzogen. Noch eine winzige kleine Reihe mit. So. Noch. 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 Da sind jetzt noch schon. Und jetzt mit dem Hake zumachen. So. Eine Seite Möhren und jetzt kommt noch ein Stückchen. So. Mit dem Stückchen genommen. Da weiß ich ganz genau. Da hab ich Möhren ausgesägt. So. 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 Das war's jetzt. Nicht vergessen. Abonnieren. Weitere Befehlen. Und Daumen hoch. Hat gut gefallen. Und. Und. Ich sag schon mal tschüss. Euer Körner. Hab euch gleich nochmal neu. Tschau. 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 Tschau.